Guten Abend, liebe Zuschauer. Vor allem im Erzgebirge wird es in dieser Nacht regnen. Doch durch die dichten Wolken bleibt es dazu mild mit 8 bis 6 Grad minimal. Und viel mehr werden es morgen dann auch nicht. Nur in Leipzig schaffen wir die 10 Grad. Und dazu wird es morgen Vormittag dann anhaltend leicht bis mäßig regnen. Ab dem Nachmittag zieht der Regen dann über das Erzgebirge ab. Danach sind eventuell nur noch einzelne Schauer möglich. Und in Leipzig ist auch die ein oder andere Wolkenlücke möglich. In die neue Woche starten wir dann mit Hochdruckeinfluss und somit Sonne satt und wieder leicht ansteigenden Temperaturen. Da die Wolken fehlen, kühlt es aber in der Nacht ordentlich aus. Am Dienstag wird es dann nicht unfreundlich. Und schon ab Mittwoch können wir die Frühlingssonne dann wieder uneingeschränkt genießen. Tschüss und bis morgen.